Radio 1, Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien, Behandlungen auf höchstem Niveau, klinikbetanien.ch Wir reden über Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge. Mein Gast im Studio ist Dr. Pascal Frei, er ist Facharzt für Gastroenterologie und Innere Medizin und er praktiziert an einer Inhaltspraxis in der Privatklinik Bethanien. Pascal Frei, Darmkrebs ist in der Gesellschaft ein Thema, wird über alle diskutiert, vor allem ab einem gewissen Alter. Wie häufig ist diese Krebsart in der Schweizer Bevölkerung zu finden? Darmkrebs ist leider nicht so selten. Insgesamt laufen viele tausend Patienten in der Schweiz um, die eine Diagnose haben. Man schätzt, dass über 4000 Patienten pro Jahr eine neue Diagnose bekommen. Das ist die Bad News und die Good News sind, dass nicht alle daran sterben. Also man muss Respekt haben, aber keine Angst davor. Welche Risikofaktoren gibt es für Darmkrebs? Der grösste Risikofaktor ist, dass wir immer älter werden. Also du musst nicht Angst haben von Darmkrebs, wenn du 20 oder 30 bist. Also Good News für die, die jetzt zuhören sind und 20 oder 30 sind und ein bisschen Bauchweh haben. Ihr habt wahrscheinlich nicht Darmkrebs. Das Risiko steigt ein bisschen vor 50 deutlich an. Und eigentlich sagt man, Vorsorge macht man von 50 bis 70. Wie fest hat da ein Lebenswandel einen Einfluss? Also wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege? Das hat einen Einfluss, aber der Einfluss wird überschätzt. Du könntest jetzt über viele Themen in der Medizin reden. Egal, ob du von Bluthochdruck redest, von Rücken- und Knieschmerzen. Am Schluss ist es immer ein bisschen das Gleiche. Du solltest schauen, dass du nicht zu dick bist. Du solltest schauen, dass du dich vernünftig zu ernährst. Aber viele Kranken dann am Schluss, ob sie du bekommst oder nicht. Das ist einfach Pech. Man weiss, dass Leute, die unsportlich sind, Leute, die viel zu viel Fleisch essen, rauchen, trinken, dass das das Risiko von Darmkrebs erhöht. Aber letzten Endes, die Leute, die rauchen, wissen, dass sie, seitdem sie rauchen, nichts Gutes ist. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich jetzt nicht einen Raucher bekehre, aber dann sind wir beide nicht so naiv, zu glauben, dass das so ist. Das komplexe Gebilde. Es staut mich noch, dass die Ernährung nicht einen grösseren Einfluss hat. Dass du jetzt sagst, ja klar, es wird überschätzt. Es ist nicht so, dass mir das nicht wichtig ist, aber der Unterschied ist, wenn du so über Zahlen redest, dann redest du über eine ganze Bevölkerung. Eine Bevölkerung sieht, vernünftig, gesund essen, das ist wichtig für die gesamte Gesellschaft. Aber du als einzelnen Menschen willst wissen, ob du eine Krankheit bekommst oder nicht. Für dich ist es am Schluss immer schwarz-weiss. Entweder du bist gesund oder du hast eine Krankheit. Darum sind die Zahlen auch schwierig zu beurteilen. Wenn du da Zahlen redest, eben 4'000 in der Schweiz, der eine findet das viel, der andere findet das wenig, aber am Schluss entweder es verwutscht dich oder nicht. Und jeden Tag jetzt an irgendeiner Krankheit denken, macht dich am Schluss wahnsinnig. Und die Faustregel ist einfach zum Beispiel, also am meisten diskutiert man über Fleisch. Es ist intuitiv, dass es nicht Sinn macht, jeden Tag dreimal ein Servalat zu grillieren oder zwei Stakes zu essen. Und das hast du auch schon gehört. Man soll das Leben geniessen, aber vernünftig gesund sein. Und das ist das, woran ich mich halte. Jetzt haben wir den Überbegriff Darmkrebs. Krebs, eh ein riesengroßer Begriff. Wie entsteht der im Darm? Krebs entsteht immer, oder fast immer, aus harmlosen Vorstufen. Du musst dir vorstellen, ein Darm, wenn man da rein schaut, das ist ein langes Tunnel mit einer glatten Oberfläche. Und ich sage meinen Patienten immer, Krebs fährt an, indem es irgendwo in einer Zelle in einem tausendstel Millimeter eine Sicherung raushält. Und dann fährt das Teil Schleimhaut an zu wachsen. Und das wächst gemütlich vor sich an. Und wenn es immer mehr Sicherungen raushält, dann ändert sich der Charakter von dieser Geschwulst. Das wird immer grösser. Und Krebs ist de facto etwas, das nicht wächst, das sich am Schluss nämlich reinfrisst. Und wenn es sich reinfrisst, durchs Gewebe durch, dann sagen wir eben Krebs. Es gibt häufig ein Durrand zu diesen Namen. Also man spricht manchmal von Tumoren, manchmal von Krebs. Und auf eine Art ist das alles gleich und irgendwie gleich wieder nicht. Ein Tumor eigentlich, auf latinisch heisst eine Schwellung. Patienten haben dann häufig das Gefühl, ein Tumor sei gutartig und Krebs sei bösartig. Und wenn du Krebs hast, dann stirbst. Und das ist es nicht. Also am Schluss, man muss die Begriffe auseinanderhalten und am Schluss kein Durrand machen. Jetzt ist ja der Darm etwas, wenn er gut arbeitet, das ich nicht gross merke. Wenn jetzt da irgendetwas Verdächtiges wäre, was man genauer anschauen müsste, würde ich das merken? Du musst nicht alles gemerken im Darm. Das ist ein dicker, langer Schluch und das ist flexibel. Das heisst, du merkst nicht, wenn eben etwas wächst, dass da plötzlich dein Schluch 20% enger ist. Also, weil du meistens nichts spürst, darum gibt es die Logik der Vorsorge, dass du mal schauen gehen, ob alles gesund ist. Nehmen wir mal an, du hast Beschwerden, dann gehst du natürlich Beschwerden abklären. Wir reden von Alarmsymptomen. Das Alarmsymptom ist, du merkst, wenn du hinterlegst am WC, dort hat es Blut. Dann hast du natürlich einen Grund, um mal zu überlegen, ob das gut ist oder nicht. Wenn du plötzlich Gewicht abnimmst und du kannst eigentlich gar nicht so recht erklären, warum du Gewicht verlierst, dann merkst du auch, irgendetwas ist komisch. Wenn du 50 Jahre lang noch mal aufs WC gehst und plötzlich merkst, du hast immer Bleien und Bauchweh und irgendwie geht es dann schon, wir sagen, veränderte Stuhlgewohnheiten, dann seid ihr in einem gesunden Menschenverstand, jetzt ist wahrscheinlich etwas nicht gut und dann setzt du mal zum Doktor. Und dann sollst du eben nicht googlen und dann zu Hause vor dem Computer vor Angst sterben, sondern sollst du das mit einem Arzt besprechen. Aber ist es nicht auch so, dass wenn man solche Alarmzeichen hat, dass der dann schon halt, ich sage nicht spät, aber dass der dann halt schon weit fortgeschritten ist? Das muss nicht fortgeschritten sein, aber da hast du natürlich recht. Je mehr, dass du dich krank fühlst, desto mehr ist das ein Zeichen, dass grob etwas nicht gut ist und dann hoffst, dass wenn du jetzt eine Diagnose bekommst, dass das halt wirklich genug früh diagnostiziert wird und man dir gut helfen kann. Aber das heisst nicht, dass wenn du Bauchweh hast, dass dann der Zug abgefahren ist. Das ist ein bisschen mein Lieblingsbild, das ich mit ängstlichen 60-jährigen Mannen diskutiere. Viele von denen kommen ja nicht oder schicken zuerst die Frau vor zum Untersuchen, um zu schauen, ob wir wirklich so schlimm sind oder nicht. Und das Bild von dem Zug ist abgefahren, das finde ich etwas sehr Bildliches. Also das ist nicht so, wenn du eine Diagnose bekommst, dass man dann sagt, ja, jetzt haben sie Pech gehabt, man wünscht ihnen alles Gute, sondern dann kannst du immer davon ausgehen und hoffen, dass wir dir helfen und das heilen. Du sagst, 60-jährige Männer diskutieren, also ist Darmkrebs ein Männerproblem? Also wenn du grob schaust, welche Krebsarten sind häufig und welche nicht, dann weiss man, dass bei Männern ist Brustata und Lungenkrebs fast noch ein bisschen häufiger. Frauen haben logisch, wie es kein Brustata da, also fällt das weg. Bei Frauen sind Brust- und Darmkrebs eigentlich die zwei häufigsten Krebsarten. Und es ist schon so, man hat das Gefühl, Männer sind vielleicht ein bisschen mehr betroffen, aber im Alltag können wir nicht Männer anders behandeln als Frauen. Also eine Frau und ein Mann, wenn sie 50 plus sind, empfehlen wir eine Vorsorge und nicht bei Frauen ein bisschen später wie bei Männern oder wie es Frauen sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass das bei Männern mehr diskutiert wird, dass die ängstlicher sind, gerade beim Thema Vorsorge, wo man jetzt dazu will kommen. Ist das auch etwas, was du beobachtest, ist das, dass Männer eine grössere Hemmschwelle haben oder ein bisschen mehr Mühe haben mit dieser Vorsorge? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich auch darum, weil du als Mann ja von 20 bis 50 sonst nicht so viel Vorsorge machst. Eine Frau umgekehrt geht häufig zum Frauenarzt und die sind sich wie gewöhnt, dass es gewisse Routinenkontrollen gibt, die man macht, selbst wenn sie vielleicht nicht ganz abgenehm sind. Und wenn du dann hörst, ja alles ist gut, dann ist alles gut. Und als Mann, wenn es gut läuft, gibt es ja keine andere Vorsorgeuntersuchungen wie ein Pappabstrich bei den Frauen zwischen 20 und 50. Vielleicht könnte man sich so interpretieren, dass Männer darum ein bisschen hemmungsvoller sind, wenn es darum geht. Vielleicht können wir jetzt die Vorsorge ein bisschen enttabuisieren oder vielleicht ein paar Vorurteile entkräften. Ich sage dir mal, was ich weiss. Ich weiss, ab 50 sollte ich die Vorsorge machen. Ich weiss, oder ich habe das Gefühl, ich weiss, es ist wahnsinnig unangenehm und man bekommt das Medikament, das man sich gut fühlt und man darf vorher vielleicht nicht essen und nicht trinken. Es ist vielleicht der Zeitpunkt, um dir mal zu erzählen, wie deine erste Vorsorge-Koloskopie aussehen wird, falls du dich dafür entscheidest. Wir können vielleicht nachher noch darüber diskutieren, was es für Alternativen gibt. Aber nehmen wir mal an, du wirst 50 und entscheidest dich, zu einer Vorsorge-Koloskopie zu gehen. Dann wirst du ganz normal leben in dieser Woche zuvor und wir sind froh, wenn du nicht grausam viel Quinoa und Traubenkern und was weiss ich schluckst. Weil wenn wir so einen Darm anschauen, der gefüllt ist mit Körnchen, dann sind das gefüllt Felsbrocken, die uns die Sicht verhindern und potenziell an die Kamera verstopfen. Wenn du dich entscheidest, zu kommen, dann wirst du am Abend vorher und am Morgen von der Untersuchung zu Hause noch ein paar Abführmittel trinken. Du wirst ergo ganz viele Durchfälle haben und wenn du dann zu mir in der Praxis kommst, dann bist du leer. Die einen sind dann ein bisschen kaputt, die einen sind vielleicht ein bisschen hungrig, die einen sind ein bisschen nervös, aber eigentlich ist der schlimmste Teil hinter dir. Was wir dann machen, ist, wir geben dir eine Infusion. Über die Infusion, wenn ich mit dir geschwäzt, bekommst du das Schlafmittel, das ist das, was du gesagt hast, das ist angenehm. Das Schlafmittel, das praktisch alle Gastenthalogen verwendet, das heisst Propofol. Der faule Spruch ist Propofol tut wohl und die, die vorher schon Propofol ist ein extremes Standardmedikament, das unendlich sicher ist und der Grund, dass viele Leute Angst haben, ist eben die Michael-Jackson-Geschichte, aber auch, dass das ein Narkosemittel ist. Was wir machen, wir machen keine Narkose, sondern eine sogenannte Sedation. Das heisst, ich gebe dir immer wieder ein bisschen von dem Schlafmittel. Nach 20, 30 Sekunden merkst du, dass das ein wunderbares Gefühl auslöst und schlafst du ein. Und dann, wenn du einschlafst, dann fahre ich dich aufeinander suchen und je nachdem wie ängstlich du bist, werde ich dich zu 80% schlafen lassen und am Schluss noch ein bisschen zeigen, was du da für einen schönen Darm hast. Und wenn ich spüre, dass du sehr ängstlich bist, dann werde ich dich zu 100% durchschlafen lassen, weil am Schluss der Untersuchung werde ich dir eh erzählen, wie es gewesen ist und werde dir, wenn du das willst, an Bilder zeigen, wie dein Darm ausgesehen hat. Und meistens sind dann die Leute wohlig bedusselt, finden es total lässig, dass das viel weniger Schlimm war, wie sie es gemeint haben und haben mega Freude, um zu sehen, was sie ihren schönen Darm haben. Ein Darm ist ein orange, heller Schlauch, man sieht da nichts von dem, was du denkst, es sei geräusig. Viele meinen, ich habe einen schlimmen Job, aber ich schaue die ganze Zeit wunderschöne, saubere Darm an und das ist herrlich. Und kann ich jetzt sofort das Resultat in diesem Fall? Ich muss nicht noch warten, bis irgendwelche Laboruntersuchungen liegen. Das impliziert, was das für ein Resultat ist. Also wenn du gesund bist und ich sehe gar nichts, dann sage ich dir, das ist alles gut gewesen, wir sehen uns in zehn Jahren wieder. Wenn du ein Polyp hast, dann werde ich dir zeigen, wie der ausgesehen hat und dann kann ich das meistens eigentlich einordnen. Das heisst, ich kann dir nachher sagen, ja, da hat es ein Polyp gehabt oder so, sieht aber nicht schlimm aus und ich glaube, sie müssen in fünf oder in zehn Jahren wiederkommen. Und Polyp, um das vielleicht erklären, das ist eben ein Geschwulst, das später auch Krebs werden und die können mal zwei Millimeter gross sein, die können auch zwei, drei Zentimeter gross sein. Und nachdem wir das ja hunderte und tausende Mal schon gemacht haben, können wir dir dann aber auch das Ungefahr einordnen und sagen, ja, das sieht für sie vielleicht gross aus, aber eigentlich ist das nicht so schlimm und sie müssen keine Angst haben. Also, das Ziel ist, dass man dich beruhigt und mit einem Gespräch und Informationen wieder heimschickt, dass du nicht zu Hause und man muss googlen und dann wieder von vorne anfangen mit deinen Ängsten. Wenn man ein Polyp abschneidet, dann ist es eine Routine, dass man auch untersucht. Man sagt eben eine Histologie und die Histologie, die hat man nach ein, zwei, drei, vier Tagen zurück und dann werde ich meinen Bericht abschliessen. Es gibt viele Patienten, die Angst haben, dass wenn man etwas ausschneidet, dass dann die eigentlich Krebsabklärung folgt, aber das stimmt so nicht. Es ist auch von Routinen, dass wenn du irgendetwas ausschneidest, dass du das untersuchst, dass du es nicht falsch eingeschätzt hast. Aber das heisst nicht, dass wenn man dir etwas rausgeschnitten hat, dass das jetzt wirklich an die Grenzen gegangen ist und schwierig ist. Es ist eben ein Routineablauf und ich sage meinen Patienten ja eben, ich habe ihn in Polyp entfernt. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Ich melde ihnen, dass sie zwei, drei Tage zurückziehen, dass ich das Resultat habe. Sie kommen mit den Kopien von dem Resultat, den ich an ihrem Hausarzt schicke. Aber eigentlich müssen sie nur unten schauen, wenn ich ihnen empfehle, um wieder zu kommen. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so der Google-Friend und wenn dann der Patient wieder schauen geht, was jetzt das Spezialresultat heisst, wenn er es im Google liegt, dann fühlt er sich viel kränker, wie er eigentlich war. Also, du hast gesagt, 50. Ist die Zahl immer noch gültig? Weil man gehört zum Teil auch, früher ist auch nicht schlecht. Gute Frage. Also, in der Schweiz hat man immer noch Vorsorge, dass es zwischen 50 und 70 gibt. Und man weiss, dass dieses Risiko jetzt als 48-Jährigen nicht unendlich viel anders ist, als wenn du 52 wärst. Und darum gibt es auch die Überlegung, ob man das schon mit 45 anfangen kann. In der Schweiz ist der Standard immer noch 50. Aber wenn jetzt jemand mit 48 respektvoll ist, dann werde ich dem das nicht ausschätzen und sagen, er soll erst kommen, wenn er dann 50 ist. Aber es gibt keine generelle Empfehlung, dass man das vor 50 jetzt schon anfangen kann. Eine Ausnahme gibt es, das ist deine Familiengeschichte. Wenn jetzt du mit mir über das sprechen möchtest, dann frage ich dich natürlich, wie gesund deine Familie war. Jetzt hat fast jeder in der Familie irgendeinen Guck-Cousin oder einen grossen Onkel, der irgendeinen Darmkrebs gehabt hat, wegen dem verschrecke ich nicht. Aber wenn jetzt du einen zwei oder älteren Bruder hättest mit einem Dicknamkrebs oder wenn deine Mutter mit 54 erkrankt ist, dann werde ich natürlich bei dir früher anfangen, weil du ein ein etwas höheres Risiko hättest und nicht bis 50 warten. Die Faustregel ist, wenn du einen nahen Verwandten hast, der einen Krebs oder extrem relevante Krebsvorstufen hatte, dann schaue ich zehn Jahre früher. Du hast vorher schön geschildert, wie eine Vorsorge funktioniert. Gibt es da Alternative? Gibt es auch andere Möglichkeiten, abzuklären, ob ich da ein Risiko bin? Es gibt eine recht gute Alternative und das sind die Blutteste, wo man schaut, ob du Blut im Stuhl hast. Man macht nicht Blutteste im Sinn von Blutkontrolle beim Hausarzt, das ist wertlos. Du kannst von zuhause eine kleine Stuhlprobe schicken und das Labor schaut, ob es in dieser Stuhlprobe Blutspuren hat. Wenn du Blutspuren im Stuhl findest, dann musst du interpretieren, dass eine Krankheit sein, die ein bisschen Blut verliert und wer A sagt, muss B sagen. Wenn du Blut im Stuhl findest, musst du koloskopieren, dich am Spiegel und schauen, ob es eine Krankheit hat, die das Blut erklärt. Das wiederum zeigt dir die Limitation des Tests. Wenn du findest, vielleicht habe ich Hämorrhoiden und ab und zu habe ich schon ein Spür Blut gesehen am WC-Papier, musst natürlich nicht einen Test machen, aber schau , ob Blut im Stuhl hat, dann wirst du einen positiven Test haben, selbst wenn du eine harmlose kleine Hämorrhoiden Blut hast. Das ist wirklich gedacht, für Leute, die keine Beschwerden haben, noch nie das Gefühl können, haben Blut im Stuhl und wissen, ob alles gesund ist. Der Vorteil des Tests ist, der ist, spieler wie eine Koloskopie und der Anteil ist, weil es eigentlich der schlechte Test ist, musst ihn regelmässiger wiederholen. Die Faustregel ist, wenn eine Dickdarmspiegelung gut ist, dann sollst du eigentlich zehn Jahre auf der sicheren Seite sein. Wenn du aber einen Test machst und schaust, ob Blut im Stuhl hat, empfiehlt mir, es sicher alle zwei Jahre zu wiederholen, damit du über die Regelmässigkeit des nicht direkten dich merken, du bist ein bisschen chaot und bist nicht so gerne Ärzte und wahrscheinlich wirst du es verlauern, dann sollst du dich nicht einladen auf einen Test, den du eigentlich sollst, es alle zwei Jahre gehen, dann sollst eher einmal alle zehn Jahre den richtigen Test machen, aber wenn du umgekehrt sagst, ich habe so viele Kontrollen im Handy und das ist für mich kein Problem, dann ist das eine volable Option. Kann ich mich einfach bei meinem Hausarzt melden oder muss ich direkt zu einem Spezialisten wie dir z.B.? Nein, die Blutteste im Stuhl, sogenannte «Fit-Fäkaler-Immunotest», das ist eine typische Aufgabe des Hausarztes und das heißt, du kommst beim Hausarzt zu melden. Und auch für die klassische grosse Untersuchung, kann ich direkt bei einem Fachspezialisten? Also wenn du jetzt 50 und komplett gesund bist, kannst kranket, wo ich froh wäre, ich wüsste es, du hast ein Medikament, das vielleicht relevant ist. Je älter und potenziell kränker du bist, desto mehr bin ich froh, wenn du über den Hausarzt gehst. Nehmen wir mal an, du hast ein Medikament für eine Blutverdünnung, fürs Herz, dann weisst du nicht so genau, ob das gefährlich ist für meine Untersuchung oder nicht, wenn du das Medikament hast. Also macht es Sinn, wenn du das mit dem Hausarzt besprichst, ob du die Medikamente weiterführen oder stoppen, bevor du zu mir kommst. Die Vorsorge G-Untersuchung, die wir angesprochen haben, werden die für Krankenkassen gezahlt oder muss ich das selber zahlen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Das ist eine Pflichtleistung der Krankenkasse, aber das ist nicht so, dass die sogenannte Franchise befreit ist. Du hast einen gewissen Selbstbehalt, die Franchise, und wenn du noch nie beim Doktor gewesen bist, dann wirst du mit der Dienstleistung, die ich dir herbringe, in die Franchisebereich fallen und wirst du am Schluss alles bezahlen müssen. Wenn du die Diskussion der Franchise weglasst, du hast eine Pflichtleistung, aber du musst 10% selber bezahlen. Es gibt gewisse Kantone und da zählt Zürich nicht dazu, da ist das Franchise befreit. Aber am Schluss, es ist nicht ganz eine billige Untersuchung, das kostet ungefähr 600 bis 1000 Franchise, was man findet, was man für Material verbraucht, etc. Wenn du wissen willst, ob das deine Krankenkasse bezahlt oder nicht, dann lohnt es sich durchaus an deiner Krankenkasse geschwind anrufen. Wenn du mir dein Krankenkassenhärtchen zeigst, dann sehe ich nicht darauf, was steht, ob du Zusatzversichert bist oder nicht, ob die Vorsorge beinhaltet ist. Das ist fair, zu den Krankenkassen anrufen und fragen, ob das zahlt. Darmkrebsvorsorge Wir haben zwar das Thema Darmkrebsvorsorge, wo wir jetzt sehr gut abgehandelt haben und ich glaube schon, die eine oder andere Information bekommen haben, die wir nicht nur vom Gehören sagen können, Nähre zu brauchen, sondern die wir aus erster Hand haben. Nehmen wir jetzt mal an, es ist nicht ein gutes Resultat. Wir haben Darmkrebs. Was habe ich für Möglichkeiten? Was hast du als Arzt für Möglichkeiten? Nehmen wir mal an, du bist bei mir und ich finde es wirklich aus Darmkrebs. Dann sage ich meinen Patienten immer, in den nächsten paar Wochen bin ich ihrer Hausarzt Nummer zwei. Und dann ist es normal, dass du ein bisschen verloren bist, weil die Diagnose hat natürlich niemand gern. Und dann werde ich zügig helfen, die weiteren Abklärungen und Therapien aufzuleisen. Man sagt im Staging, ich schaue, ob ich die Situation richtig einschätze. Das heisst, ergänzend zu der Spiegelung, die ich gerade gemacht habe, wie ich zum Beispiel eine Computertomographie mache, das ist ein Röntgen, wo man schaut, ob es irgendwo ausserhalb vom Darm noch Ableger hat, etc. Und wenn wir die Situation richtig eingeschätzt haben, dann geht es darum, was du für eine Therapie bekommst. Und in aller Regel, wenn du Bauchweh hast oder es blutet und hast Diagnose um einen Krebs, dann fast immer ist der nächste Schritt nach eine Dickdarm-Operation. Wir bei uns in der Privatklinik Britannien sind zusammengeschlossen, wir Belegeärzte, wenn es um das Thema geht, wir nennen uns Interdigeste, wir sind eine Gruppe von Ärzten, die zusammen die ganzen Therapien anbieten und schauen, dass nicht einer wurstelt, sondern eine Gruppe von Ärzten zusammen abklärt und behandelt. Und da wirst du schrittlich durchgeführt. Wenn zwangsläufig ist, viele Fragen hast, das heisst, wir schauen, dass du bei einer Onkologin aufschlitzen, sondern erklärt, was er macht und dann plant man die Operationsguten in der Schweiz ist, da musst du nicht wie in England zwei, drei Monate warten, sondern wir werden in der Schweiz zügig aufgleisen und dir schrittlich helfen bei der Hilfe, die du brauchst. Wie gross ist die Chance, dass du mich von diesem Krebs befreien? Wenn du zu mir als Vorsorge und ich merke mit blödem Zufall, dass du dich am Krebs hast, dann darfst du zu drei Viertel davon gehen, dass wir dich heilen. Wir sind zurück bei dem Bildnis von der Zug ist abgefahren. Wenn die Leute eine Diagnose früh haben, dann hast du eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass wir dich heilen. Wenn du ganz lange zögerst, obwohl du Bauchweh hast und verstopft, blödet und verlierst Gewicht, dann ist logisch, dass ein grobes Problem ist und dann werden wir wahrscheinlich nur einen von vier heilen. Aber das finde ich eine faszinierende Zahl, bei denen, die genug früh kommen, werden drei von vier heilen. Das sind Good News. Trotz Good News heisst es, dass mein Leben total anders sein auch ernährungstechnisch ich nicht mehr so erleben wie vorher, wenn ich geheilt von einem Darmkrebs. Das ist überhaupt nicht so. Ein bisschen ist das eine mechanische Sache. Vielleicht noch zu erzählen, wie der Bauch funktioniert und aussieht. Du hast eine Speiseröhre und den Magen. Vom Magen hast du 5 Meter Dünndarm und 1 Meter Dickdarm. Meistens ist Dickdarm Krebs. Wir reden nur Dickdarm Krebs, Dünndarm ist extrem selten. Wenn du einen Dickdarm Krebs hast, dann ist der Standard, dass man dir 20-30 cm Darm ausschneidet und die zwei Schläuche wieder zusammenhängt. Du wirst am Schluss einen funktionsdüchtigen Dickdarm haben und nicht merken, dass du weniger Dickdarm hast. Wenn man dir 30 cm ausschneidet, hast du deswegen nicht Durchfall. Das braucht eine Weile, bis sich eingependelt hat. Du wirst nicht nach drei Tagen komplett normal sein, aber du wirst nicht nach drei Monaten fühlen. Du hast eine normale Verdauung. Du musst kurz lernen, mit dieser Diagnose umzugehen und deinem Bauchvertrauen. Man hört um Dinge wie umgehängt. Das ist Mythos. Ich bin Gastgenätholog und nicht Chirurg. Je mehr du eine gute Frage zur Chirurgie desto mehr ziehe ich mich zurück. Es ist natürlich so, je nachdem wo der Krebs ist, ob der zu unterst ist, oder in der Mitte, links oder rechts, das wird das Vorgehen des Chirurg ändern. Der Chirurg wird dir vor einer Operation erklären, wie er das macht und was er nachher erwartet, wie es geht. Aber in aller Regel ist das Ziel, wie gesagt, drei Viertel zu heilen. Heilen heisst aber auch, du sollst nachher eine gute Lebensqualität haben, du sollst dich nicht nachher durch und als Patient fühlen, sondern du bist geheilt. Also, wir haben den Worst Case in diesem Podcast auch angesprochen, aber wir nehmen VV mit, es ist eine unkomplizierte Sache, Darmkrebsvorsorge unbedingt machen, Frauen und Männer ab 50. Danke viel, viel Mal für den eindrücklichen Einblick in deine Arbeit, Dr. Pascal Frei, Facharzt für Gastroenterologie und Innere Medizin an einer Inhaltspraxis in der Privatklinik Bethanien. viel Mal. Radio 1 Visite, der Medizinpodcast unterstützt von der Privatklinik Bethanien.